Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Das ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Gezucht, Sine! Ich will Fegelein sehen, zur Fahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! 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 Verrat!